Hallo, seid gegrüßt zur achten Folge von Civilization 6 Let's Play. Bevor ich hier wieder ein kleines Resümee ziehe, gibt es natürlich noch schnell das Zitat. Und diesmal stammt das von Wilhelm Heinze und befasst sich mit dem Thema Natur und lautet kurz und knapp, der Mensch ist in allen Gesetzen unterworfen, die in der Natur sind. So, ja man wird es sicher hören, ich bin dezent erkältet, aber versuche trotzdem das Beste, also vielleicht werde ich ein, zwei Mal mich räuspern müssen oder vielleicht meine Nase putzen, wo ich gerade sehe, dass hier gar keine Taschentücher sind. Was können wir damit? Hafen, Nachbarschaftsboni, okay. Okay, Zeit für eine neue Ausrichtung, Freiheitsstatue, nun ja. Die letzten, ja, Folgen, sag ich mal, hat man ja gesehen, dass doch manche Sachen vielleicht ein bisschen zu schnell eskaliert sind, wir haben ja ein dunkles Zeitalter gehabt, jetzt geht es ja relativ, ja, mit einem Normalen und wir könnten gut 10 bis 13 Runden, okay, uns fehlen noch 5 Punkte für Normales, das muss man hoffentlich noch erreichen, aber ansonsten ist es wirklich gut, hier lief es nicht. Wir müssen sie uns zum Beispiel unbedingt, was hier, oder hier oben, Salpeter gab es hier als strategische Ressource. Ach ja, gut, den habe ich ja, den muss ich nur abbauen. Okay, machen wir auch. So, jetzt wählen wir erstmal für Philadelphia eine ordentliche Produktion, eine Schiffswerft. Äh, was dauert ein Handwerker? Sechs Runden, wie viel kostet ein Handwerker? Ja, Schnäppchen. Gehen wir mal bei Amazon Prime kaufen. Nun denn. Ein neuer Händler für Cincinnati. Drei Produktion ist natürlich top. Elf Gold wäre auch nicht schlecht, aber drei Produktion. Wobei vier Nahrung und drei Produktion ist besser, weil es hat auch dieselbe Zeit. Okay, das stimmt, es geht ja darum, habe ich diesen Bonus noch? Steht das hier vielleicht mit? Nee. Achso. Ein Zeitrappunkt für jedes im Industriezeitalter oder später errichtete Gebäude. Gut, dann müssten wir uns mal darum kümmern, dass wir das auch so machen, ja? Bitte. Der Isaac Newton baut eine Universität. Ja, das auf jeden Fall. Santa Cruz ist der Admiral, hat eine aktive Fähigkeit. Achso, eine Armada, okay, naja, gut, da, warte mal einfach mal. Tja, was kann man denn sonst noch so zusammenfassend sagen, was die letzten Folgen so angeht? Nun ja, ähm, wir haben ein bisschen verpennt, hier eine ordentliche Stadt zu errichten. Wenn man sieht, den Nagano ist mittlerweile Stufe 6 schon. Hat natürlich wirklich hier, okay, zusammen mit der anderen japanischen Stadt, also mit Yokohama, die Möglichkeit, sehr viel Nahrung hier auszubeuten, sage ich mal wirklich. Und das ist natürlich uncool. Also cool für den Japaner, aber uncool für mich, äh, beziehungsweise für uns. Eine Bombard, oder? Mauern. Hm. Ja, null Annehmlichkeiten und Haltungskomplex wäre halt cool, aber wir müssen ja eigentlich auch mal ein Gebäude bauen, die aus dem Industriezeitalter kommen. Ich möchte ja diesen Bonus da am Ende erzielen irgendwo, ja. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten, ähm, falls ihr es vielleicht auf Twitter mitbekommen haben solltet, äh, habe ich mich ja auf den Weg gemacht am 20.09. nicht zur Area 51, da waren ja gerade mal 40 Leute, habe ich gelesen. Das ist natürlich sehr traurig. Äh, 2,1 Millionen melden sie an und 40 sind da. Ja. Nein, nicht zur Area 51, sondern, sondern zum weltweiten Klimastreik und zwar, und zwar in Leipzig, weil das einfach die am nächsten gelegene sehr große Stadt ist. Und der Schneesturm kommt und wird vielleicht meinen Handwerker töten, mal sehen. Und ja, es war schon überwältigend. Laut Veranstalter, okay, die Angaben, die müssen nicht immer stimmen, aber laut Veranstalter waren 25.000 Leute allein. Japan hat schon wieder exportiert. Ein Schlüsselwörter von gewaltsamen Wirtschaftssystemen sind Verstädterung, Industrialisierung, Zentralisierung, Effizienz, Quantität und Geschwindigkeit. Okay. So was wie Fabriken und so, das müsste man jetzt langsam mal errichten. Wir haben von einer Methode erfahren. Ja. Ja, 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 da kommen wir gleich noch dazu. Wo ist hier Kohle? Hier oben? Oh, perfekt. Dann haben wir nicht irgendeinen Handwerker hier oben gehabt? Ja, natürlich. Dann wird er schleunigst dahin bewegt in zwei Runden. Naja. Und es findet bald der nächste Weltkongress statt. Ja, also zurück zum Thema, genau. Zurück zu den großartigen Protesten. Also es war halt wirklich überwältigend. Und was ich halt so auch so beeindruckend fand, das waren halt auch Leute, also Eltern mit ihren Kindern einfach mit. Ja, sicher wird es da viele Kritiker geben, die halt sagen, ja, warum schleppt man seine Kinder damit hin? Auf der anderen Seite sage ich mir halt, es geht um deren Zukunft, ja. Das ist halt das, was man nicht so vergessen sollte. Das ist halt das. Nun gut. Ja, ich habe da ja auch ein... Nein, Saradin? Ich habe da ja auch ein kurzes Video hochgeladen, was mittlerweile über eine halbe Million Impressionen erreicht hat. Oh, jetzt wird es wieder interessant. Spionage und... Okay, das machen wir auf jeden Fall. Machen wir natürlich... Achso. Hm. Naja, Gold, oder? Oder Produktion. Oh, Produktion. Wobei... Moment, man könnte ja hier sowas wie... Dammbruch. Technikbonus, Unruhe. Mitte abschöpfen. Das kann man mal machen, dass das besser funktioniert, hoffentlich. Und? Was kommt raus? Ja, erstmal ein schöner Vulkanausbruch. Cool. Ich glaube, ist das nicht auch dieser Vulkanausbruch, der in Island mal ausgebrochen ist, 2011? Ich müsste lügen, ich weiß es nicht genau. Ein Bürger ist bloß gestorben hier von... den ganzen Feldern von Japan. Was hat gewonnen? Okay. Mitte abschöpfen hat gewonnen. Und hierhin hat Produktion gewonnen. Sehr schön. Hätte ich vielleicht gar nicht 5 draufgeben müssen, aber das weiß man halt nicht. Also müsste ich eigentlich zwei Sichtpunkte für die Diplomatie bekommen haben. Cool. Das ist eine sehr schöne Sache. Wir haben ja heute immer noch nicht alle Nationen kennengelernt. Das ist auch so ein großer Manko. Ein großes Manko von... dieser... Runde. Also ich hätte wirklich die Geschwindigkeit nicht so hoch drehen sollen. Das ist einfach ein Nachteil. Ein Nachteil behaftet. Ein großer Händler. Ja. Aber nun gut. Jetzt kann ich es ja eh nicht mehr ändern. Ja. Wir haben einen neuen Zeitalterpunkt bekommen. Machen wir das hier. Ja, zwei neue Gesandte. Ist doch schön. So, wie wäre es... Ein Industriegebiet. Wäre eigentlich gut verkraftbar. Habe ich mir mal überlegt, was ich hier oben bauen wollte? Nein. Auf jeden Fall ein Handwerker wäre erst mal ratsam. Aber 16 Runden ist halt auch irgendwo blöd. Nun gut. Hier werden wir jetzt wieder suizereen, bitte. Weil wir brauchen einfach diese Stadt, diesen Stadtstaat, um wirklich effektiv, hoffentlich Wissenschaft zu ergattern. Aber nun gut. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube nicht, dass dieses äh... Ja, dass diese Session, diese Staffel hier wirklich effektiv laufen wird. Aber wir wollen es nicht zu negativ sehen. Mal sehen. Vielleicht da gibt es ja doch noch irgendwas. Und wir überrennen auf einmal Saladin, der halt nur schon eine Stadtstufe 15 hat. Und gut, unser Washington-Stufe 18. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht so im Schirm gehabt. Aber trotzdem, wir haben halt sehr wenig erkundet bis jetzt. wenn hier hinten ist ja ein bisschen was im Gange. Das seht ihr ja, die Karavellen. Deswegen weiß ich, das ist, äh, die Galere, genau. Da passiert ja was, aber so wirklich... Hm. Das wirklich wahre ist es einfach noch nicht. Oh, Baban. Cool. Ich mag Baban. Nicht. Okay, der hat ja schon den Damm gebaut. Sehr interessant. So, wo ist dieser Händler? Okay. Ja, vier Nahrung, drei Produktion, oder? Ja. Machen wir. Große Mbappe, wurde in der Hauptstadt mal abgebrochen. Das stimmt. Ist die Bank ein Gebäude des neuen Zeitalters? Ich glaube nicht. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, 14 Runden, das schaffe ich nicht, weil es ist ja in acht Runden schon das Zeitalter vorbei. Mir fehlen halt immer noch vier Punkte. hm. Hm, 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 hm. Probieren wir es einfach mal mit der Bank. Oh, ein Weltwunder, was nur acht Runden dauert. Das ist natürlich cool. Aber dafür brauchen wir natürlich einen Unterhaltungskomplex und den haben wir nicht. Eine Bank, Industriegebiet, hm. So. Okay, ja, jetzt kann natürlich der Handwerker weiter normal fungieren, nachdem er hier die ganz wichtige Kohlerschließung... Oh. Okay, also mit mit Suleyman. Oh. Okay. Interessante Leute, die habe ich bis jetzt noch nicht wirklich kennengelernt. Und ich habe trotzdem immer noch eine Person... Wow. Okay, also wenn ich Suleyman einnehmen könnte, wäre das cool. Aber der hat halt, doch, der hat halt auf Religion hat er gespielt, aber ansonsten... äh, ja, auf nicht viel. Um es mal so auszudrücken. Na gut. Ah, okay. Ist natürlich ein Stück weit weg. Jetzt, wenn man so sieht, was die anderen so in Städte haben und was ich so in Städte habe. Ja, es sieht mager aus. Hier unten könnte man natürlich auch eine Stadt errichten, aber das lohnt sich nicht, weil guckt mal, da unten ist nichts. Wirklich nichts. Oh, der Australier hat schon wieder in Städte. Hier sind drei Bürger gestorben. Okay. Heftig. So. Also dieser Vulkan bricht sehr häufig aus. Das ist sehr kurios. Na okay, die sind schon wieder weg, die Barbaren. Aber, ja stimmt, ab jetzt betrifft mich das ja auch ein kleines, kleines bisschen mit, ja. Aber, vielleicht sollten wir uns auch wirklich halt mal auf den Weg machen, da unten eine Stadt zu erobern. Hm. Hm, hm, hm. Es wäre ja mal eine Idee. Die Frage ist, ob die Idee auch gut wäre. Das muss ja erst mal überprüft werden. Aber ich weiß halt nicht, der Japaner ist, glaube ich, militärisch nicht gerade schlecht aufgestellt. Doch. Die Wissenschaft verdankt der Dampfmaschine mehr als die Dampfmaschine der Wissenschaft. Haha. Gutes Zitat, das aber auch stimmt. Ein Panzerschiff. Ja stimmt, wir können dann eine Eisenbahn errichten. Eine Eisenbahn. Ähm, ja. Was ich eigentlich vorhin, was war es vorhin? Natürlich mit Kohle könnten wir jetzt unsere Städte mit Energie versorgen, äh, erzeugt aber sehr viel CO2, was wiederum die Klimaerwärmung natürlich vorantreibt. Es ist ja nun das top beherrschende Thema. Siehe Klimakoll... äh, Kollision. Hä? Klimakommission, die halt nur, ja, vielleicht ein bisschen zu wenig Forderungen erfüllt hat. Naja, egal. Aber wenn das halt wirklich hier steigen würde, ist das blöd. Dann steigt der Meeresspiegel. Es gibt mehr Katastrophen. Muss nicht sein. Aber mittlerweile kommen jetzt interessante Forschungen. Aber, ja, wir gehen mal ein bisschen den Zeitalter entsprechend erstmal auf Forschung. So. Handelszentrum, ich weiß nicht. Noch ein Campus. Ja, können wir machen. Die Kohle haben wir hier schon abgebaut. Hier. Wir bekommen jetzt sechs Kohle pro Runde. Die Eisenbahn. Die Eisenbahn können wir nur bauen, wenn wir Milizärpioniere haben. So, um Milizärpioniere zu bekommen, müssen wir die bauen eigentlich. Nur habe ich gerade... War das klug? Keine Ahnung. Naja. So, für diese Milizärpioniere müssen wir eben wieder Gold aus... Wäre ich bei der Schöne anwesend gewesen, hätte ich ein paar nützliche Tipps für eine bessere Ordnung des Universums parat gehabt. Okay. Achso, das sind jetzt... Ja, das sind sehr schöne Gebäude, die wir jetzt bauen können. Das stimmt. Naturschutz... Nein, Bauwesen können wir mal machen. Bauwesen können wir machen. So, Milizärpionier, mal gucken. Hier... nicht. Ich weiß leider nicht genau, wo dran das hängt, ob man Milizärpioniere ausbilden kann oder nicht. Ob man dafür eine gewisse... ... ... ... ... ... ... gewisse Erforschung... ... ... Zugang schaffen, so dass man sich wirklich rasant zwischen den Städten vorbewegen kann. Aber das dauert. Die verbrauchen dabei keine Ladung, also so wie Handwerker hätten die jetzt auch eine Ladung, aber... Die verbrauchen dabei halt Kohle, so und diese Kohle, beziehungsweise die Produktion, äh die Produktion, dieser Einsatz, spiegelt sich halt am Ende auch irgendwo wieder. In der Atmosphäre halt und das ist halt das Problem. Oh, ein Wasserpark. Das wäre natürlich cool. Aber am Panama Kanal wäre sehr cool. Weil... 27 Runden, scheiße. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt, aber es ist wirklich blöd. Aber ich sage halt nur, der wäre cool, weil er hat, glaube ich, sehr viele Vorteile. Was war es denn hier? Äh, ja gut, Kanalbezirke, Marienhallen können das Kanalwundergelände überqueren. Okay, gut. Äh, Handelswege, ja, können das erhalten, Gold von Bezirken, an ihrem Zielort multiplizieren. Und es gibt leider nur sehr wenige, äh, Felder, wo man das ja wirklich bauen kann. Und deswegen unbedingt den Panama Kanal, bevor sich das irgendjemand anderes wegschnappt. das kann nämlich sehr schnell gehen. So. Okay. Die Karavelle zum Panzerschiff, ja, oh. Ja, das war jetzt, ey, das war gar nicht so klug, cool. damit sind wir wenigstens genau an der Grenze zu 80, also, beziehungsweise haben wir genau 80 erreicht, 80 Zeitalterpunkte. Und somit ist es ganz einfach wieder ein normales Zeitalter, vielleicht hat er doch noch ein goldenes, aber, ja, muss man realistisch bleiben. das Einzige, was ich jetzt nicht also erzeugt, hat das jetzt CO2 erzeugt, das weiß ich jetzt nicht. Okay, die größte Stadt der Welt, das klingt gut. Gut. Müssen wir vielleicht mal gucken, was wir Oh, Saladin ist genauso weit wie wir, ja, stimmt, klar. Aber ich muss halt erstmal das hier hinten erforschen, weil Drall ist ja meine besondere Erforschung eigentlich, weil dieser Rough Rider, das kann halt nur am Ende der Teddy bauen. So, okay. Noch ein neuer Kontinent? Atlantik? Nee, nee, das ist Amerika. Amerika, da oben, na danke. Wieso bin ich da nicht angesiedelt? So, ja, für diesen Handwerker brauchen wir unbedingt, also wir brauchen Produktion auf Deutsch. Zack. Wenn wir das Silber abbauen, wird doch, es wird doch wie eine Mine gehen, denke ich mal, können wir sicher eine ordentliche Produktion erschaffen. He, he. Okay. Ach, die haben auch aktive Fähigkeiten. Cool. Gut. Also passive Fähigkeiten, so rum. Oh, innerhalb von zwei Geländefärder. Cool. Coole Sache. Nein, ich handele keinen Salpeter oder irgendwelche strategischen Ressourcen. Da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Einheit ist zur Beförderung, achso, das Panzerschiff, ja, natürlich. Wunderbar. So. Die Eremitage. Nö. Noch ein Panzerschiff, das erzeugt dann aber sicher, ja, benötigt eigentlich auch ein Kohleprohunde. Da, jetzt steht es da. Ja, also, natürlich, die strategischen Ressourcen wurden, ich weiß nicht, ob jetzt in Garrowing Storm oder in Rise and Fall umgebaut. Also, früher war es so, im Standard, also im Grundspiel, sag ich mal, dass man halt wirklich, ähm, muss ich überlegen, einfach nur die Ressourcen hatte, oder? Ja, genau. Ein Feld mit einem Pferd war ein Pferd. Punkt. Da war nicht irgendwie, dass es drei pro Runde liefert oder so. Aber ich glaube, dieses Thema, was sie jetzt haben, das ist sowohl ein bisschen fairer, aber auch ein bisschen verständlicher, das ist ja eben verständlicher, okay, aber es ist ein bisschen fairer, sagen wir es mal so. Vielleicht mal ein bisschen auf Verteidigung gehen, das wäre mal nicht schlecht, oder? Hier unten, Werkstatt, ne, erst noch bitte älterliche Mauern. Ein Handwerker, ach ja, stimmt. Ja, eine Mine, eine Mine, Minen sind immer gut, vor allem, weil sie jetzt plus eine Produktion liefern. Das war ja vorhin so eine Erforschung mal. Oh, ein Blick auf die Uhr. Oh, wir haben einen neuen Stadtstaat getroffen, cool. Der ist auf Kultur ausgerichtet. Kann das sein? Ja. Okay. Aber wir sind in drei Stadtstädten, Suizeren. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Als Zusammenfassung von diesem Video, ja, wir haben uns ein bisschen fortgebildet, aber so wirklich perfekt läuft es noch nicht. Also es könnte besser laufen. Natürlich gesetzt, äh, getreu dem Motto, dass halt hier vielleicht nicht am Anfang die besten Sachen als Grundstein gelegt worden sind, äh, hat man sich vielleicht dann doch ein bisschen rausgeputzt, aber so ganz auch noch nicht. Also, wenn wir es schaffen, hier natürlich ein paar Städte vielleicht einzunehmen, wäre das sehr cool. Wenigstens Nagano und Yokohama. Das ist da oben schon wieder schwer. Gut, da kann ich mal oben mit angreifen. Okay, da ist aber noch ein Lagerbezirk. Äh, Kyoto werde ich nicht schaffen. Das glaube ich noch nicht. Ja, natürlich, man kann sich sicher sein, beziehungsweise steht ja auch da, hier gibt es noch keine Mauern. Eigentlich wäre jetzt bei der beste Zeitpunkt anzugreifen. Muss man sich da mal merken für das nächste Video. Das wäre halt wirklich cool. Aber ja, ich speichere das jetzt erstmal. Ich hoffe, ich klang nicht zu erkältet. Das lässt sich leider schwer vermeiden. Tut mir leid, aber ja, ist nun mal leider langsam die Erkältungszeit wieder. Und ja, ich würde sagen, das war es denn jetzt von diesem Video, wie schon gesagt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!